Wenn ich mir pessimistische Preißziele setze, für verschiedene Projekte aber nicht alle abgeholt werden, bin ich doch auf jeden Fall nicht in jedem Projekt gleichgewichtig investiert. Wie sollte man vorgehen? Also, was ist denn jetzt, wenn ich pessimistische Preißziele gemacht habe und hier im DCA-Bereich überall irgendwie grün bin oder dunkelgrün, weil ich gut eingekauft habe, aber dann wird natürlich die Gewichtung hier nicht gleich verteilt sein. Und da muss man sagen, die Gewichtung ist nicht ohne Grund hier in den Tabellen der letzte Rang. Also, erstmal kommt unnötig, wie gefährlich ist ein Projekt, ist es eventuell ein Scam oder hat es andere Gefahren? Und dann schaut man auf DCA-Preise und das heißt, DCA-Preise haben mehr Wichtigkeit als die Gewichtung im Portfolio. Stellt euch vor, ihr habt 2000 Euro für beispielsweise Algorand, 2000 Euro für Renner-Token und 2000 Euro für XRP. Bei XRP wurden nur drei Preißziele ausgelöst von fünf und bei den anderen beiden wurden vier Preißziele ausgelöst. Das heißt, bei Renner-Token und bei dem anderen Projekt habt ihr dann eventuell von 2000 Euro, sage ich jetzt mal, 1400 Euro investiert und bei XRP nur 1000 Euro von 2000. Das heißt, die Gewichtung im Portfolio ist unterschiedlich. Aber das ist kein Problem. Darum mache ich hier in der Gewichtung auch immer ein paar Gelb oder Orange. Und natürlich die, die gut sind, gut. Je nach dieser Studie dann auch einfach nur. Wenn das ein bisschen Unterschied hat, ist das kein Problem. Warum? Gute, günstige Einkaufspreise sind viel wichtiger als die Gewichtung. Und wenn man dann halt noch Budget übrig hat, sagen wir, XRP wird nie diese günstigen Preise erreichen. Man hat nur drei von fünf Preißziele erreicht, hat man noch ein Budget. Und dieses Budget kauft man dann nochmal in andere Preise, in andere Coins rein. Und die werden dann auch keine perfekte Gewichtung haben. Aber man hat perfekte Preisziele. Und diese perfekten Preisziele sind die beste Versicherung überhaupt mit der Diversifizierung. Wenn ihr gute Diversifizierung habt und perfekte Preisziele, dann kann euch fast gar nichts passieren. Weil auch wenn wir im Preis fallen, seid ihr von allen Leuten am Kryptomarkt derjenige, der sich am meisten Angst und Panik machen muss. Ihr seid am besten abgesichert. Es gibt niemanden, der besser abgesichert ist als ihr. Daher DCA-Preise wichtiger als die Gewichtung. Erst mal auf DCA-Preise achten und Gewichtung kommt danach erst. Darum sind die auch hier in dieser Reihenfolge so angeordnet. Falls jemand hier nach einer Börse für den Krypto-Einkauf sucht, so kann ich klipp und klar mit bestem Gewissen BitWafo empfehlen. Günstig, sicher und EU-reguliert und sogar versichert bis 100.000 Euro Verdiebstahl und Hacks gibt es über meinen Link. 10 Euro Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit.